Moin Leute, Koles hier. Willkommen zurück. Geht weiter ab. In Spin City hier. Aber erstmal einen Schlüssel wieder reinstecken. Okay. Da ist wieder so ein ekelhafter. Oh, ich hab da ne... Ich hab da ne Idee. Das Ding muss man wahrscheinlich fallen lassen, wenn das Vieh da drunter ist, oder? Aber erstmal ist es ein bisschen Munch Zeit. Ich brauch noch ein bisschen Leben. Ich bin noch nicht vollgeheilt. Darf der ältere Bruder da drunter, oder ältere Schwester da drunter mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Die zertrete ich auch noch. Sollte man im echten Leben übrigens nicht. Spinnen sind sehr nützlich. Die einzigen Tiere, die man schlagen darf, beziehungsweise killen darf, von mir aus sind Mücken. Die braucht halt wirklich keiner. Sind nur Krankheitsüberreger. Überträger. Jedenfalls für einen Menschen. Für Vögel und so weiter. Natürlich den Salznahrung und so. Aber... Ja. Sehr, sehr. Kann ich dich ein bisschen so... Ja, so... So. 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 Hier! Okay. Alter. Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Ah, ich bin falsch gelaufen. Okay. Ah, okay. Nochmal hoch. Nochmal attack. Kriegt er auch irgendwann eine Gehen-Erschütterung, oder? Okay. Jetzt bin ich da. Da oben sehe ich irgendetwas. Was bist du denn für einer? Okay, anscheinend kein richtig Special-Special-Gegner. Weg mit dir. Weg mit dir. Der denkt auch, der Kanal ist blocken, oder? Weg mit dir. Nochmal manchen. Da hat er mich noch einmal getroffen. Okay. 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 Komm ich hier? Da hoch? Nein. Heißt, ich muss wahrscheinlich von da oben ran fliegen, oder? Beziehungsweise gleiten. Ja. Okay. Muss ich hier überhaupt hoch? Ah, da kann ich wahrscheinlich noch nicht hoch, oder? Nee. Okay. Dann gucken wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Okay. Beruhig dich. Ah, Munch Zeit. Kommt ihr? Oder er? Nicht so. Ja. Die sind ganz schön schnell beim hochklettern. Okay. Also das Ding muss erstmal runter. Wow. Na was? Nö. Oh, seid ihr aber schön rüber gesprungen. Habt ihr fein gemacht. Ich hole das Ding jetzt erst hoch, oder? Ich weiß halt nicht, ob die Teile... vielleicht nur durch die Bomben explodierbar sind. Könnte man fast denken. Andererseits könnte ich das auch bis dahin, oder? So. Aha. Funktioniert auch. Funktioniert sehr gut. Funktioniert? Gute. Könnte die daneben sein, oder? Na, komm. Okay Jetzt muss ich wohl Nee, nee, nee Aua Zum Glück nicht so viel Damage, wie ich dachte Okay Wieder Mister Das wäre Fast Aua Du bist schwach Das ist wirklich schwach Ah, du darfst deine Axt wieder haben, oder? Ach nee, Oberkörper weg war das Einmal manchen Danke Nochmal manchen Und nochmal manchen Sternum brechen Der ist auch dann So Und du Au Oh Was bist du denn für einer? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dem Okay Ich wollte mal gucken, ob ich blocken kann, aber Dafür müsste man auch blocken Au Das ist ja Geh Okay Du Ich hätte Du 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 ich brauche wieder ein paar spinnen zum manchen der hat ganz schön wehgetan hier krieg ich die fähigkeit ein bisschen leben wäre halt schon nice ich hab zwar immer noch meinen ersten heiltrank aber hey hättet manch zeit nett immer schön nacheinander da wusste ich halt nicht ob das gerade damage macht deshalb vorsichtshalber weg sind auch annäherungsminen quasi na wieviel kriege ich insgesamt sein leben wieder also eine komplette lebensleiste ist es auf jeden fall könnten sogar zwei sein oh leih da sind noch welche ja ich würde sagen zwei lebensleisten ne ist quasi einmal am 500er heal oder? oder vielleicht sogar mehr weiß nicht hab noch nicht gehealt wer bist du? ok aber warum kann darf ich hier hin? ist das richtig wenn ich da jetzt rüber springen? fühlt sich irgendwie falsch an geht aber geht aber also wird wohl kein game design fehler sein oder? ne ist jetzt wenig überraschend dass das oben kriegt ok ich habe keinen schlüssel oh manschzeit wie der auch immer schön ausholt mit meinem oberschenkel ne so richtig hoch hiefend und dann runter da ist nix da ist nix da ist nix hier ist wahrscheinlich auch nix ok ich wollte nur nochmal checken neue Fähigkeit die die kämpf die 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 das das du das ist du was soll man dagegen machen also der Blocken geht besser bei dem Game ah, okay, ich muss vier von den Spinnen killen auch interessant aber ist schon ein bisschen schade dass man das Horn zum Beispiel jetzt gar nicht mehr braucht, oder? die Frage ist, wo geht's denn hier an? ach so ah, hier bin ich wieder oh ähm, da hätte ich mich höher ziehen können? ah, so geht's auch also manches Mal ist die Kamera auf jeden Fall ein bisschen weird naja ich hab nen Schlüssel, oder? ne ok ok, ich sag's wie es ist ich bin jetzt komplett verwirrt wo ich jetzt bin abgrundrüstung habe ich bisher auch nur drei Teile warum sollte ich das Ding jetzt benutzen? ok oh lol, ernsthaft? ok ok hier sind Schlüssel ein Schlüssel ein Schlüssel ok, und jetzt komm ich hier durch ok ok also die roten sind halt wirklich nur Ankerpunkte ach, ne ernsthaft oh oh den ganzen Weg zurück die roten sind Ankerpunkte, wo ich nicht schwinge die anderen Sachen sind Sachen, wo ich schwinge ok das mach ich hier durch, oder? ja also, ja, ist klar, dass ich hier so her muss ich dachte mir das jetzt irgendwie ein bisschen anders naja gut da muss ich jetzt quasi die ganzen Strecken zurückgehen manchen ach komm, ernsthaft, ihr blockiert? alter, als ob das Ding unlockt das war die verkehrte das war die verkehrte ok ok macht deutlich weniger ran ernsthaft? kleine Spinnen, please ich mein, das ist cool, dass hier anscheinend unendlich kleine Spinnen nachkommen, aber ja ja weg mit dir ich glaub da hab ich jetzt sogar ein bisschen Leben eher dazu gewonnen, als verloren nice wofür ist eigentlich das Ding da? einfach nur wie ein Auto ok ja ah, hier kommt nicht rein ok, dann machen wir hier Part Ende und dann gehe ich mal davon aus, dass wir im nächsten Part schon den vierten Auswehrwert machen bis denen bis denen